Willkommen zurück zu Teil 2 unserer Zeitreise durch die Jahrzehnte mit Katia. In Teil 1 haben wir die Ursprünge behandelt und befinden uns nun in den frühen 80er Jahren. Als 3D-Flächenkonstruktions-Add-on für CADEM feierte CAD die unternehmensintern so große Erfolge, dass man es kommerzialisieren wollte und somit 1981 das SoSystem gründete, als Vertriebsfirma für Katia. Von Anfang an arbeitete man eng mit IBM zusammen, wie diese Broschüre zeigt, denn IBM vertrieb exklusiv die Großrechner dazu. Nach sehr erfolgreicher Markteinführung folgte bereits 1984 Version 2. Hier konnte man unter anderem erstmals 2D-Zeichnungen aus 3D-Konstruktionen ableiten, so zum Marktführer in der europäischen Automobilindustrie werden und gewann bereits 1986 Boeing als Kunden. Der nächste große Wurf war Version 3 1988. Es war die erste Katia-Version, die nicht nur auf Großrechnern von IBM, sondern auch auf wesentlich günstigeren und kleineren Unix-Workstations lief, obwohl man gleichzeitig schon größere Baugruppen verwalten konnte, was die grundsätzliche Partnerschaft mit IBM allerdings nicht gefährdete. Dennoch ging die Richtung von Katia langsam von der Großrechner-Architektur hin zur Workstation, endgültig gefestigt 1993 mit Erscheinen von Version 4, mit der man erstmals große und vollständige digitale Prototypen verwalten konnte, mit High-End-Unix-Workstations. Um sich auch den 3D-Software-Markt für kleinere und mittelständige Unternehmen zu erschließen, übernahm das SOS-System 1997 das Start-up SolidWorks, das bereits damals schon auf Windows-PCs lief, dem aber wie der Name schon sagt, komplexe Flächenkonstruktion fehlte. Nun war die Konstruktion endgültig weitgehend digitalisiert. Das kann aber auch sehr schnell zum Verwaltungschaos führen. Weil man das früh bei das SOS-System erkannte, schuf man 1998 die Marke Enovia und widmete sich seitdem auch der Entwicklung von digitalem Baugruppen-Varianten- und Stücklistenmanagement. Zum Millennium dann der Paukenschlag. Es kam die erste Windows-fähige Version von Katia heraus, das berühmte und heute noch weit verbreitete Katia V5. Und damit nicht genug. Zur Erweiterung des Enovia-Portfolios akquirierte man Smart Team und etablierte 2000 die Marke Delmia, mit deren Produktportfolio es möglich wurde, auf V5-Basis unter anderem 3D-Modelle von Fertigungsstraßen zu kinematisieren und sogar zu programmieren. 2005 kam die Marke Simulia, mit deren Produkten man ebenfalls in V5 virtuelle Materialstresstests an virtuellen Prototypen durchführen kann. 2006 akquirierte man Matrix One, denn die Flut an so entstandenen zusätzlichen Produktdaten sollte künftig mit einem kompletten digitalen Product-Lifecycle-Management verwaltet werden. Schließlich übernahm man 2007 noch die Marke ISM-Serve, die besonders hochwertige Class-A-Flächen erzeugen kann. All dies waren die Schritte, die notwendig waren, hin zur 3D-Experience-Plattform. Diese 3D-gestützte Entwicklungsplattform beinhaltet neben allen bisher gezeigten Produkten selbstverständlich auch CATIA in der neuesten Ausführung und fähig auch andere CAD-Daten zu verwalten. Doch die Plattform wurde und wird ständig weiterentwickelt und wir von Systemworks zeigen Ihnen gerne, wo sie heute steht. Vertiefende technische Details finden Sie auf unserer Webseite. Unser Newsletter bietet Ihnen aktuelle Trends, Analysen, Referenzen und weitere nützliche Informationen. Bei unseren regelmäßigen Workshops können Sie mit unseren Experten in lockere Atmosphäre in Kontakt treten. Dort werden Beispiele und Lösungen in einem interessanten Rahmenprogramm präsentiert. Gerne besuchen wir Sie auch in Ihrem Unternehmen, um so bestmöglich auf Ihre Anforderungen eingehen zu können. Wir sind für Sie da!